Das kommende Album von Alexander Markus trägt den Titel Robotus. Das Album erscheint voraussichtlich am 8. September über das Label Contour Records. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.